Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA 16 im Karrieremodus mit Bielefeld und mir, dem Trainer, im Gehen muss mit. So, wir haben zwei schöne Nachrichten im Büro. Für Perez ist wieder mal ein Angebot eingetrudelt. Ich lehne mal ab. Ganz großzügig. Ist nicht. So, eine Spielernachricht. Ich bin gerade gut im Vorhaben. Danke, dass Sie mich eingesetzt haben. Bitte, Schriftler, bitte, bitte, bitte. Mach ich doch gerne. Wenn du schon drum fragst, wieso nicht? Also, wieso sollte ich da Nein sagen? Das ist ja die nächste Frage. Wieso sollte man da einfach mal Nein sagen? So, Spieler verkauft. Yo. Benamar ist weg. So, Transferangebot für Hiesel. Drei Mille ablehnen. Danke. Gut. Perez. Nee, nochmal. 3,1 Millionen ablehnen. Nochmal ablehnen. 2,6. Das ist doch eine Watsche ins Gesicht, oder? Ablehnen. Klos will auch jemand. 1,8. Nee, ablehnen. Das ist auch eine Watsche ins Gesicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. So, passt. Haben wir wieder alles geregelt. Können wir weitermachen. Also, momentan in der Transferphase will natürlich auch alles mögliche hier gezeigt werden. Äh, äh, ne. Ich brauche ja nichts. Monatliches Scout Update. So, eine 68. Den ablehnen. Eine 89. Okay, über den wissen wir schon ein bisschen mehr. Über den wissen wir auch ein bisschen mehr. Der steht schon mal fest. Der kann nur eine 68 werden. So. Ablehnen. Über den wissen wir auch ein bisschen mehr. Den lehnen wir auch ab. So. Oh, Alter. Wirklich? Euer Ernst? Ja, gucken wir uns den Rest noch weiter an. Hm. Transferangebot für wen, Alet? Close. Ablehnen. So. Alet mal schön unterzeichnen. Ablehnen. Irgendwas, was ich verkraften könnte. 1,7. Ablehnen. Mäh. Das ist Alet kein Angebot, ne? Dick. Den Rechtsverteidiger. So. Angebot annehmen. Angebot absenden. Ablehnen. Dick kann ja weg. Als Rechtsverteidiger. Da haben wir ja genügend. Close. Ablehnen. 1,8. So, ich könnte ja auch die zukünftigen untersagen. Aber wenn da mal ein Angebot reinkommt, wo man sagt, ja, da muss man fast mal zuschlagen, wäre es nicht schlecht. So. Ich simuliere noch einen Tag weiter. Ich glaube, ich kriege da noch ein paar Transferangebote. Glaube ich jetzt mal stark dran. Transferangebote. Dachte ich es mir. Für Close. Ablehnen. 2,1 Millionen. Also wir nähern uns schon langsam der ganzen Sache an. 2,2. Ablehnen. Nö. Knallhart ablehnen. Da verhandle ich nicht mal lange. So. Wir dürfen ins zweite Spiel in diesen Pokal. Ja, wir sind momentan vorne. Aber auch nur wegen dem Namen, würde ich sagen. Alle unentschieden gespielt. Nicht unbedingt geil. Aber naja, kann man nichts machen. Wir sind mal auswärts. Und nehmen unsere dunkelblauen Trikots wieder in Anschlag. So. Jameson ist nicht ganz so fit. Den bringen wir Ice Joker. So sieht es aus. Gosenes muss ich noch ein bisschen erholen. Schütz hat eine Aufwärtstendenz. Bernd könnte auch eine kriegen. Burmeister bleibt drin. Lang bleibt drin. Schuppan bleibt drin. Afane bleibt drin. Peres bleibt drin. Im einzigen, was ich wechsle, ist Renan. Der mit seiner 62. Der muss noch ein bisschen gepusht werden, der Junge. Der junge Torwart hier. Wenn man da ein bisschen zu Null spielt, baut sich der natürlich ungemein schnell auf. Das weiß ich jetzt schon. Auch wenn er nichts tut im Prinzip, baut er sich wahnsinnig gut auf. Ja, der muss nur ein, zwei Dinge halten und sich gut vorkommen und dann ja, spielen. Gegen Kalmar spielen wir. Und wir haben den Anstoß. Wir lassen den Ball wieder mal munter rollen. So, hier erstmal ganz gemütlich wieder die Lücke suchen. So, Peres. Da auf der Außenbahn hat Platz. Boah, nimm den Ball mit. Boah, ist schön durchgesetzt. So, lang. Oh shit, da verspringt ihm der Ball. Oder schafft es der Verteidiger, dass ihm der Ball verspringt? Sag mal so. So, jetzt dranbleiben. Oh, dann fällt er noch über den Fuß. Nicht erfahrene, nicht erfahrene. Nur eine gelbe Karte. Ich dachte schon, weil er die Arschkarte zieht. So, macht er kurz. Hab ich vorher gesehen. So, machen wir mal zum Einwurf hier. Direkt zu instan. Eine gelbe Karte ist immer ein bisschen blöd. Schön angenommen. So, schön zu Kloos. Kloos zieht hier in die Mitte. Putz. Drin ist er. 1-0. Wunderschön gemacht. Schön weggebasht dem Verteidiger. Und dann ist er drin. Hat er gut gemacht. Da können wir feiern. Dann sind wir wieder 1-0 vorne. Natürlich nicht unbedingt jetzt zurücklehnen, sondern beherzt weiterspielen. Damit da auch noch was gehen kann. Siebte Minute von Kloos. Also, er macht so weiter, wie er letzte Saison aufgehört hat. Es ist schon mal eine schöne Sache dann. So, komm. Ihn den Ball abnehmen. So, hier einmal quer über den Platz passen. So, hoher Ball. Ah, schade. Kloos kann hier keinen Kopfball draus machen. So, schön. Nochmal zu Kloos hier. Dreht hier schön rein mit dem Schuss. Finde, aber dann ist es vorbei. So, Affane. Komm. Nicht aber ein Faulspiel produzieren, weil sonst gehst du vom Platz. Dann fehlt mir doch mal wieder ein Spieler. Wäre halt kacke. So. Gegner spielt sich hier hinten rum. Der hat wohl die Ernste... Äh, äh, den Ernst der Lage noch nicht kapiert, dass er hier hinten liegt. Sauber gemacht. So, schön zu Kloos. So, der gibt nochmal zurück. Perez. Ah, da ist echt keine Lücke. Gerade. Also, nach dem 1-0 stellen sie sich ein bisschen besser hier an. So, Einwurf für uns. So, mach schnell hier. So, hier. Burmeister. Bröner. So, hier ganz kontrolliert das Spiel aufziehen. So, hier raus auf den Flügel. Affane. Läuft gut. Bringt die Flanke. Kloos steigt hoch, aber der Verteidiger ist auch noch dran. Ecke. Ecke kommt. Perez Tritze. Ah, da ist aber keiner. Ist ganz schade. So, hier. Den konnte erst mal stoppen. Oh, shit. Da laufe ich vorbei. Können hier über den Flügel gehen. So, aber der Pass kam mal ganz schlecht. Der kam ganz schlecht. So. Wunderbar. Hier Pässe spielen. Kloos. Oh, an den Pfosten. Schade. Abstoß. Naja. Hätte mehr sein können. So, weiter Ball. Kloos hier. Wunderbar gemacht. Den ersten Treffer. Und hier ein schöner Pfostenschuss. In Gottes Namen, wenn er nicht reingeht. Der Pfosten ist ab und zu riesig. Also, das muss man auch sagen. Oder die Aluminium-Dinger. So, Nöte. Läuft gut. Oh, schöner Schuss. Aber Keeper hält den wieder mal. So, Ball haben wir uns wieder geholt. Können nochmal abziehen. Holen die Ecke raus. Schade. Verteidiger war da dazwischen. So, Perez mit der Ecke. Ecke kommt. Kopfball an die Latte. Mensch. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, schieße ich nochmal einen Verteidiger an. Oh, das kann ja nicht sein. Sechs Schüsse haben wir mittlerweile aufs Tor abgesetzt. Der Gegner noch keinen einzigen. So ist es gut. So gefällt es mir. So. Gegner kommt hier über dem Flügel. Macht er hier gerade gut. Aber Perez ist auch noch da. Der hat da was gegen. Ah, Junglas verliert hier den Ball. Ganz dreckig. Ganz blöde. Oh, der geht drüber. Das hat Renen gut gesehen. So, weiter Ball. Schöner Kopfball. Aber der kam nicht schön weiter. So, dranbleiben. So, ruh. Schön geklärt. So, Perez. Wieder mal den Konter einleiten. So, schön in die Mitte zu Junglas. Aha, Junglas verspringt der Ball. Ganz bitter. So, ein Wurf. So, Perez. Kriegt nicht. Ganz schade. So, spielen sich hier hinten rum. Können sie ja gerne machen. Sie sind ja 1-0 hinten. Vielleicht können wir ja an dem Fehler absnacken. Wäre halt schon eine coole Sache. So, der geht direkt zu Afane. Nöte. Ah, verliert den Ball. Geht hier ein Stück zu weit. So, dranbleiben. Sauber. Und hier auf nach vorne. So, hier raus damit. Ah, Verteidiger drängt mich da gut ab. Kommt Afane nicht hin. So, schuppern. Schön über den Flügel. Oh, komm schon. Ah, da hat er sich ins Aus gespielt. Ist natürlich nicht vom Vorteil. So. Wups. Einwurf. Passt. So, Bernd. Oh, wird hier zu Fall gebracht. Nicht so geil. Freistoß für uns. Gelbe Karte für den Gegner. Da können wir doch einen Freistoß rauszimmern, oder? Ich hätte gerne einen Linksfuß. Afane. Oh, direkt in die Mauer. Gibt hier nochmal in die Mitte. Oh, werde ich hier zu Fall gebracht. Wer hat einen Schuss. Freistoß. Klos darf treten. Oh, dann hält er den. Mensch. Ecke. Hat er Premium gehalten. So, Perez. Ecke kommt. Ah, schade. Nicht so gut. Einwurf für uns. Ne, für den Gegner. Da waren wir dran als letztes. Das ist ja ganz eine miese Nummer. So, jetzt ist aber erst mal Halbzeit. Eins soll sie mal vorne. Ja, müssen wir so weitermachen. Wäre natürlich toll. So, auswechseln. Tue ich schon mal. Afane, bevor du mir hier vom Platz fliegst, bringe ich Kessel. So, den Rest lasse ich nochmal. Einfach nur so. Und dann geben wir hier auch Gas. Immer noch der Treffer aus der siebten Minute. Unser Führungstreffer. Mehr haben wir noch nicht geschossen. Mehr ist noch nicht passiert. Hatten zwar ein paar gute Torchancen, haben aber so viel nicht reingebracht. Das ist ein bisschen schade. Aber naja, kann man nichts machen. Schön dazwischen gegangen. Aber da verliert man wieder ganz dämlich den Ball. So, komm schon. Alter. Also solche Schüsse sollten nicht passieren. Sowas kann auch mal gefährlich aufs Tor kommen. So. Schön zu Perez. Perez unter Bedrängnis, aber der ist schnell. Der ist schnell. Der kann reinziehen, aber schafft er nicht ganz. Das ist eine Ecke. Ecke die nächste. So, Gegner wechselt. Gegner wechselt. Aber da ist keiner, wo die niedergeht. Oh, komm ey. So ein Pass dann. Kommt so ein Pass bei rum. Ui, 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 ui. Boah, an die Latte. Also Gegner prüft uns schon mal. Also unser Tor auf Solidität. Sieht solide. Sieht solide aus. Boah, Renen hält den wunderbar. Geile Parade von ihm. Extrem geile Parade. So. Ecke für den Gegner. Der kommt direkt auf Renen. So, auswerfen. Gut ist. So, schöner, langer, weiter Ball auf Kloß. Wer geht hier? Nöte. Oh, zieht er vorbei. Schade. Naja. Kann man mal machen. War ja aus der Drehung raus. Ist dann nicht so geil. Gosenes, auch wenn noch nicht fit. Kommt rein. Hemline darf auch nochmal kommen. Und Schütz bringe ich auch noch. Und Horing für Bröner. Muss man da ein bisschen Rotation haben. Wenn wir es machen können, wieso nicht? Dann sollte man so oft wechseln, wie wir können. Würde ich jetzt mal so behaupten. So, weiter Ball. Kopfball-Duell gewinnen wir leider nicht. So, rangehen. Sauber. Ah, Kissel hat sich da... Hat da gut gestört. So, Jameson. Komm, lauf. So, schön von Schütz. Boah, aber... Zwei Männer sind einfach... Zu viel. Das Guten. Vor allem einer links, einer rechts. Da geht dann gar nichts. Da ist dann mal... Alet hier zu. Den kriegen wir... Nicht weg. Okay. Kein aus. Oh, shit. Der war ein bisschen großzügig, der Ball. Boah, da treffe ich nur den Gegner. Vorteil ist vorbei. Gut so. So. Ah, Torback kommt auch noch. Schade. Hat er uns nicht ganz so gewähren lassen. Ja, wenn Klosenschritt schneller gewesen wäre, hätte er sich vielleicht loslösen können. Und hätte den Terrorwart gut in die Bredouille bringen können. So, Gegner kommt hier gut ins Spiel. So, Kopfball-Duell. So, sauber. So, raus zu Hemmlein. Boah, wird hier gut bedrängt. Ah, shit. Fehlpass. Das sollten wir eigentlich vermeiden. Boah, Nachschuss. Nein. Wieder 1-1. Das kann nicht sein. Rennen hält ihn wieder so gut. Und dann steht da noch mal einer in der Mitte. Oh, Menno. So, Offensiv, Leute. Wir brauchen den Sieg. So, Gosenes. Boah, komm, ey. Lass mich halt mal abziehen. Das kann ja nicht wahr sein. Oh, hier mit Druck, Tralle und Geschwindigkeit gespielt. So, Hemmlein. Bringt die Flanke. Ah, Jameson kommt nicht hin. Ganz knapp nicht. Abstoß. Es kommt sehr offensiv. Es muss jetzt der Sieg werden. So, Jameson. Boah, komm, ey. Faulspiel. Denke ich es mir doch. Alter, für die. Okay. Macht er sicherlich weit hier. Ja, macht er auch. Oh, shit. Das sind die Pässe, die dann wehtun. So, Jameson. Boah, wird hier zu Fall gebracht. Freistoß. Ich hoffe, der kommt nochmal hoch. Ja, komm da. So, so ungefähr. Ah, schade. Na, komm, ey. So, ran an den Feind. Ah. Da wollte ich eigentlich gar nicht grätschen. Da war der Finger ein bisschen nervös. Ja, kriegt Thorin eine gelbe. So, den kurzen Pass verwärmen wir ihm. Boah, der ist ein bisschen verkommen, der Ball. Schön durch. Ah. Putz. Wer hat da den Hauptstauberfuß? Wer hat da den Abstauberfuß? Wunderschön. Da kommt er einfach mal nochmal um die Ecke. Und haut uns hier ins Glück. Wunderschön. Hier, die Lücke ist offen. Zack. Drauf. Scheiße. Abpraller. Nachschuss. Das dürfte Goseness gewesen sein. Nee, Schütz war's. Sauber von Schütz gemacht. 2-1 die Führung. Wunderbar. So kann's laufen. So läuft's gut. Sehr gut sogar. So, jetzt irgendwie den Ball wegbringen. Na, schade. Der war nicht wirklich weg. Oh, Renen hat den. Danke. Oh, weit weg damit. Oh, shit. Haben wir nicht durchstecken können. Aus der Drehung raus wieder. So, unter Druck setzen den Guten. So, da gewinnt man 2-1. Wunderbar. So muss es sein. So ist es gut. Das sind wichtige Punkte in diesem Kampf. Um, ja. In diesem Testspiel-Turnier. In diesem Turnier. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid morgen auch wieder da. Und bis dahin. Tschau. So.